hallo und herzlich willkommen zu einer neuen rutsche von minecraft im minecraft let's play mittlerweile müssten wir folge 92 schon sein heißt bis zu 100 haben wir es dann nicht mehr ganz so lange so jetzt muss ich einmal gucken ist mich raus jetzt muss ich einmal gucken was haben wir dann gemacht hier fehlt immer noch das teilchen da da sieht man da hinten schon den leuchtturm den werden wir heute noch nicht weiter bauen weil ich noch hallo hallo na du na du da magst du eigentlichen was eigentlich konnte ich meine frage gar nichts stellen naja gut wollte sie eigentlich fragen ob sie gerne ein messer im kopf hätte aber gut hat sich erledigt so was machen wir zuerst was machen wir denn zuerst auch setzt blöd durch die gegend rumlaufen Prozent sie sitzen hier aus die wachsen alle ganz sprich die schnau ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau was ich heute machen möchte aber da finden wir auf jeden fall eine lösung ich erschrecke mich hier immer wegen dem äh man bin leicht schreckhaft momentan ja hier hier müssen wir mal gucken so was mensch ich lasse mich ja dauernd ablenken was machen wir jetzt als erstes ein anderes ja viel besser bei unserer ruine können wir noch nicht weitermachen da wir kein stein dafür haben beim leuchtturm können wir noch nicht weitermachen weil mir da ehrlich gesagt noch so ein bisschen die Inspiration fehlt was wir machen könnte das wäre aber gar nicht mal so schlecht aus aber den vielleicht ein bisschen zu breit gebaut ich weiß das ja nicht ach nö wird schon passen wird schon passen wird schon passen und jetzt runterfallen ob ich das schaffe woaa aber sowas von knapp aber sowas unser schaf natürlich wieder auf den bäumen das was sie am besten können und was mache ich jetzt ich habe irgendwie bock gerade auf eine höhlentour wie wäre es wenn wir das ganz einfach mal machen und nachdem wir erstmal was gegessen haben und ich zum mit so many items mal eben ausgeblendet habe dann müssen wir uns gleich noch Brot holen dann gehen wir erstmal auf eine höhlentour dann machen wir das in unserer mine hier ist noch nicht alles reif aber das ist mir jetzt gerade so ein bisschen egal so dann hier einmal hier durch das Feld Feld vor allem auch ne Feld durch gewuselt dann mit Samen damit weitergemacht so los mach da so so auch hier natürlich wieder ein bisschen oder fang da auch sofort an wieder zu wachsen finde ich ja geil jetzt mach los und so so lalalalala einmal nochmal hier durch lalalalala das geht ja schnell so dann nochmal die Samen aufsammeln dann einmal dann noch ein paar Brote gemacht wir haben ein bisschen was zu essen mitgenommen und dann gehen wir mal in eine Höhle so 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 Pam 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 und zwei bleiben üblich 61 haben wir noch irgendwelche hier haben wir nur gleich hier haben wir noch unglaublich viele Samen hier haben wir noch eine auch nochmal unglaublich viele Samen die müsste ich unten mal einsortieren so haben wir hier unten noch Weizen einen und wir haben da noch ein 64er Steak Brot gucke mal dann aber doch hier davon und davon und dann passt das doch so was nehmen wir noch mit äh äh so Stab so Steine brauche ich die 15 kann ich mal hier lassen gerade da den Kies brauche ich nicht sonst noch was was hier erstmal rein kann mhm nein Erde habe ich da den 65er Steak Brot nehmen wir hier den Pflaster Stein mit das heißt wir brauchen dann die nicht so dann Pflanzen die Birkensetzlinge dahin und die Eichensetzlinge dahin sonst noch was was hier rein kann die Rosen können dahin Apfel nehme ich mit das lasse ich hier ein Brot könnten wir uns noch machen das spare ich mir jetzt alle aber ein bisschen das kann dahin das Birkenlaub und sonst noch was was hier rein kann die Samen so sonst noch was nein gut Holz Sachen Sachen die Eichenholzblätter kann ich eigentlich auch mal hier lassen und das Birkenholz genauso das Eichenholz lasse ich auch mal hier und dann war es das gut Knochen kommt hier rein da haben wir da haben wir eine Schallplatte da haben wir Wolle und schwarze Wolle äh sonst noch was hier rein kann die Spinnaugen die Fäden und der Pfeil dahin da muss man Bogen mitnehmen ich glaube auch schon die Schere könnt mit hier zu den Werkzeugen da haben wir auch noch eine guck mal nehmen wir mal den Bogen mal mit und hier die vier Pfeile nehme ich auch mal mit die Schaufel nehme ich mit und die Axt nehme ich auch mit so hier der Sand kann man da hin und der Sandstein kann denn da hin Fackeln haben wir noch ich nehme aber trotzdem noch mal hier den Steck Kohle noch mit sollen wir uns noch ein Schwert machen wir haben ja hier noch das Holz dabei können uns also zur Not noch eine Kiste machen Äpfel und Brot ich glaube das reicht mehr brauchen wir nicht ein Essen dann machen wir das mal so ich glaube dann können wir mal los es ist jetzt gerade Nacht das heißt jetzt ist nicht gerade die beste Zeit um los zu gehen deswegen einmal und dann mal los dann mal los ach guck mal da kostenlose xp und unsere Rüstung sieht auch noch einigermaßen gut aus das freut mich gut so so damit bist du auch Geschichte so ich mach mal eben ne ne okay ich glaube damit können wir schon mal starten so aber das kennen wir ja alle schon das ist ja nichts Neues so Alter was höre ich denn Alter was höre ich denn Alter was höre ich denn Alter wo kommt der Schleim her Alter was Alter wo kommt der Schleim her ach da ist schon mal der Zoll das ist doch schon mal nicht schlecht und der Schleim und der Schleim Alter ich hasse diese Höhle diese Höhle hasst mich Hi Hallo Das tut doch weh Aua das tut doch weh So, wie geht's weiter? Ihr, Dummich auch. Scheiße, dass wir hier schon überall waren, ne? Sagasse. Hier waren wir auch schon, auch Sagasse. Ähm, nein.